Hello, hello, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser Folge spreche ich über den mahnenden Sklaven im römischen Triumph, was dich jetzt vielleicht erstmal verwundern mag, wenn du auf dieses YouTube Thumbnail guckst, oder bei mir ist es ja immer noch ein Standbild, von El Horzo, meiner sehr geschätzten und geliebten Online-Comedy oder Satire. Das ist einfach genau mein Humor und irgendwie fand ich diesen Spruch sehr passend zu dieser Folge. Wir Menschen sind die ganze Zeit beschäftigt und machen irgendwelche Dinge und dann tun wir wiederum Dinge, um uns von den Dingen, die wir eigentlich getan haben, zu erholen, aber während wir uns erholen, denken wir dann wieder an die Dinge, die wir bald wieder machen müssen, um die Dinge, die wir dann tun, während wir uns erholen, bezahlen zu können und letztlich ist das alles total absurd. Ich würde sehr gerne wissen, was Kafka dazu sagen würde, dass die Verwaltung bald komplett automatisiert sein wird, zumindest überall auf der Welt, in Deutschland dauert es noch ein bisschen länger. Nichtsdestotrotz sind wir Sklaven. Wir beantworten eine E-Mail und es kommen zehn neue rein. Wir haben uns nicht wirklich weiterentwickelt. Wir sind immer noch Sisyphos und rollen den Stein hoch. Jetzt ist er eben digital, aber wir rollen den Stein und er rollt wieder runter und wenn wir oben wieder sind, sind wir stolz, dass wir ihn hochgerollt haben, aber es endet nicht. Die Aufgaben enden nie, die Arbeit endet nie. Und teilweise ist es eben eine sehr sinnlose Arbeit. Eben E-Mails beantworten, Verwaltung, Dinge von A nach B schieben. Das ist alles total absurd und dafür ist der Mensch auch gar nicht gemacht. Wir Menschen sind immer sehr stolz auf unsere Erfolge und Ziele, wenn wir sie erreicht haben und daran ist ja prinzipiell nichts auszusetzen, weil jeder Mensch ein Ziel im Leben braucht. Nichtsdestotrotz vergessen wir oft, dass wir uns oft in Dinge vertiefen oder an Dingen festhängen, die absolut keine Relevanz haben. Wir regen uns über Dinge auf, die null Rolle spielen. Wir wollen von Menschen gemocht werden, die uns einfach nicht mögen. Wir wollen Dinge besitzen, um diese Menschen zu beeindrucken, die uns nicht mögen und das kaufen wir dann vom Geld, das wir nicht haben. Das ist alles total absurd. Im alten Imperium Romanum gab es sogenannte Triumphzüge. Da ist dann der Triumphierende, also zum Beispiel ein Feldherr, der Kaiser vom Volk bejubelt worden. Also er war auf dem Weg zum Tempel durch Rom und wurde allerdings auf diesem Weg dorthin, während er als Sieger gefeiert und zelebriert wurde, von einem Staatssklaven, einem sogenannten Servus Publicus, also ein unfreier Angestellter der Verwaltung sozusagen. Von dem wurde er permanent daran erinnert, dass er sterben wird. Im Wortlaut sagte er, respite poste hominem te esse memento. Das bedeutet, blick hinter dich, erinnere dich daran, dass du nur ein Mensch bist. Also so dieser klassische Memento Mori, denke daran, dass du sterben wirst, Gedanke. Und das war recht wichtig, denn am höchsten Punkt seiner Karriere wurde dem Sieger aktiv bewusst gemacht, dass er auch nur ein Mensch ist, egal wie viel er erreicht hat. Er wird eines Tages sterben. Und dass im Hinblick auf diese Tatsache dieser Sieg trotzdem nur Schall und Rauch ist. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass man depressiv, lethargisch daheim bleiben soll und sagt, naja, ich sterbe ja sowieso, hat alles keinen Sinn, ich muss nichts erreichen im Leben, weil es spielt eh keine Rolle, es erinnert sich keiner an mich. Das ist natürlich dann wieder eine sehr negative Herangehensweise. Und so ist das von mir jetzt auch nicht gedacht und auch nicht meine Intention, weil ich definitiv dafür bin, dass wir Menschen uns Ziele setzen, Ziele erreichen, uns gegenseitig unterstützen beim Ziele erreichen, uns gegenseitig supporten etc. Aber wir dürfen uns selbst niemals so wichtig nehmen. Wir dürfen unsere Ziele, auch wenn wir sie erreichen, nie so wichtig nehmen. Und ich glaube, es würde uns ganz gut tun, egal in welcher Position man arbeitet, dass man sich immer wieder daran erinnert, dass man eben sterben wird. Und dass auch, ja, dieses Ganze, was wir da machen, am Ende doch nicht so viel wert sein wird. Nun gibt es heutzutage, zumindest hier im europäischen Raum, keine Menschen mehr, die als Sklaven fungieren. Aber ich denke, wir sollten bewusst genug sein, uns selbst immer wieder daran zu erinnern, dass wir sterben. Und dass wir uns überhaupt nicht aufregen müssen über Dinge, die nicht funktionieren, weil wir die im Rückblick, ja, bestenfalls belächeln können und sogar drüber kaputt lachen können und sie am Ende auch nicht wirklich eine Rolle spielen. Wir konzentrieren uns so oft auf Dinge, die schlecht laufen, auf Dinge, die nicht funktionieren, die irgendwie uns ein Hindernis darstellen, wo wir nicht weiterkommen. Aber letztendlich spielt das alles keine Rolle, wenn wir auf eine andere Bewusstseinsebene gehen und von dort aus betrachtet gar keine Probleme mehr da sind. Weil wir wissen, wir sterben sowieso. Und wenn wir jetzt ein Ziel nicht erreichen oder irgendein Problem auftaucht, dann heißt es nur, dass es eben so nicht funktioniert. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Aber es ist an sich nicht der Rede wert oder nicht der Aufregung wert. Und wenn wir dann die Ziele erreichen, natürlich sollen und dürfen wir uns darüber freuen. Das macht uns Menschen aus. Also es wäre komisch, wenn alles irgendwie monoton wäre und wir keine Freude, keine Ekstase empfinden dürften. Dafür sind Partys gedacht. Dafür ist das Nachtleben gedacht. Dafür sind große Erfolge feiern gedacht. Das ist alles normal und gehört zum Leben dazu. Und ich denke aber, dass wir das tatsächlich noch mehr genießen können, wenn wir uns eben bewusst sind, dass wir sterben. Denn dann können wir auch leichter mit Niederlagen umgehen, weil wir merken, Niederlagen sind nichts anderes als kleine Stolpersteine, die wir einfach zur Seite kicken müssen. Weil das Ziel erreichen wir ja sowieso. Und eines Tages sind wir hier weg. Die E-Mails kommen weiter, aber wir müssen sie nicht im Live-Modus lesen, also in der Sekunde, wo sie reinkommen. Wir nehmen uns das Recht, das Leben zu genießen. Und aus diesem Genuss heraus kommen dann auch die Erfolge, weil man das alles mit mehr Leichtigkeit und weniger Verbissenheit angeht. Mit mehr Power und mit weniger Force. Mehr dazu in meiner Folge zum Thema Bewusstseinsskala von Dr. David Hawkins. Ich bin ja davon überzeugt, dass wir im Leben glücklicher sind, wenn wir mehr Dinge machen, die auf den ersten oder vielleicht auch zweiten und zehnten Blick hin gar keinen Sinn machen. Mir ist aufgefallen in der Arbeit mit Menschen, dass viele Menschen immer nur Dinge tun, weil sie einen bestimmten Zweck erfüllen müssen. Und wenn da hinten danach nichts rauskommt, wozu sollen sie es dann beginnen? Du kannst zum Beispiel einem Erwachsenen sagen, mal mal ein Bild, dann sagt er, ich kann nicht malen. Oder du sagst ihm, sing mal ein Lied, er sagt, ich kann nicht singen. Wo ich mir so denke, wer sagt das? Und selbst wenn es in Anführungsstrichen so ist, was ja auch nur wieder relativ ist, wen kümmert das? Wenn du Bock drauf hast, dann mach es einfach. Wir müssen mehr aus unserem Kopf rauskommen, aus unserem Verstand und wieder mehr rein in unsere Emotionen. Da gibt es ein schönes lateinisches Sprichwort, das sagt, Entweder ist der Mensch verrückt oder er ist ein Poet. Und deswegen lade ich dich an dieser Stelle ein, herauszufinden, wo du ein Poet bist. Und jetzt sag bitte nicht, ich bin kein Poet, ich kann nicht dichten, ich kann nicht schreiben. Bevor du es nicht probiert hast, weißt du es nicht. Und du musst erstmal für dich rausfinden, also zuerst mal musst du deinen Laptop zuklappen und diese E-Mails ignorieren. Oder was auch immer du da die ganze Zeit machst. Ignorier das mal alles. Und dann musst du mal gucken, wo fühlst du dich selber wie ein Genie? Wo bist du kreativ? Wo bist du Künstler? Und dann mach das einfach mal. Nicht mit dem Ziel, dass du jetzt irgendwie eine Ausstellung gleich startest oder dass du weltbekannt wirst, weltberühmt, dass du damit Geld verdienst oder nicht, sondern einfach nur, weil es Spaß macht und weil es dir Freude bereitet. Wir müssen mehr Dinge tun, die uns Spaß machen, weil das Leben ist zu kurz, als nur E-Mails zu beantworten und diesen Stein hochzurollen und in unserer Freizeit darüber nachzudenken, ob der Stein schon wieder ganz unten ist und welche E-Mails jetzt reingekommen sind. Oder Nachrichten oder Aufgaben, was auch immer. Weil das hört nie auf. Es hört nie auf und es nimmt dir die Freude. Es nimmt dir deine Lebensfreude, es nimmt dir deine Lebensenergie, wenn du dich die ganze Zeit auf sowas fokussierst. Und ich denke, wir werden freier und wieder lebensfroher, wenn wir uns einfach darauf fokussieren, dass wir sterben und diese Zeit nutzen müssen. Und das ist mehr als dieses klassische Carpe Diem, nutze den Tag. Weil das klingt dann auch wieder so ein bisschen nach Optimierung, so du musst jede Sekunde durchplanen und durchtakten, damit alles Sinn gemacht hat. Also so wird es, glaube ich, heutzutage auch oft interpretiert. Aber ich denke, da wurde Horatz missverstanden. Es geht mehr darum, dass man einfach auch mal chillt und nichts tut. Oder etwas tut, einfach weil man Bock hat. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, spielt keine Rolle. Also ich nehme hier auch meine YouTube-Folgen auf und lade die halt einfach hoch, weil ich Bock dazu habe. Und wenn ich mal keinen Bock mehr habe, dann lasse ich es wieder. Einfach, weil ich den Vibe habe gerade so. Und wenn er weg ist, dann ist er weg. Aber ich stresse mich da nicht. Und das kann ich wirklich nur dir empfehlen. Mach mal irgendwas, worauf du einfach Bock hast, ohne darüber nachzudenken, ob das Sinn macht, was andere denken könnten, was dabei rauskommt. Es muss nicht immer bei allem irgendwas rauskommen. Wir Menschen haben das Problem, dass wir oft in unseren Rollen gefangen sind. Zum Beispiel eben, Beispiel Angestellter. Du erfüllst eben deine Aufgaben als Angestellter. Dann gehst du nach Hause. Dort bist du Mutter, Vater, Geliebter, Bruder, Schwester, Tochter, Sohn, was auch immer, Nachbar, Mitglied im Sportverein, Vorstand, in deinem regionalen Politikcenter, ja, was auch immer. Irgendwo bist du halt jemand. Und dann bist du woanders wieder ein anderer jemand. Und meistens sind diese Rollen aber doch sehr verkümmert. Also es sind so ein paar Rollen, die wir im Leben einnehmen. Und irgendwann sind wir dann tot. Und dazwischen haben wir E-Mails beantwortet. Und da würde ich dir auch empfehlen, dass du einfach im Lauf deines Lebens mal so viele Rollen wie möglich ausprobierst. Weil das ganze Leben ist nur eine Theaterbühne. Und jeder spielt irgendwelche Rollen. Und wenn dir mal eine Rolle nicht gefällt, dann wechsel die einfach. Dann geh mal kurz von der Bühne, geh hinter den Vorhang, nimm eine neue Rolle an und sag, gut, jetzt bin ich halt der oder die. Und das heißt nicht, dass du sofort eine ganz andere Identität irgendwie dir aufbauen oder annehmen musst. Aber du kannst einfach mal Dinge ausprobieren, um zu gucken, wer bin ich denn, wenn ich das mache? Kauf dir eine Leinwand, kauf dir Farben und mal einfach mal. Ohne jetzt zu denken, oh, ich kann aber nicht malen. Ich weiß nicht, was ich malen soll. Sondern probier es einfach mal aus. Und fühl mal in dich rein, was spürst du dabei, während du das machst? Wer bist du, wenn du das machst? Und dann guckst du einfach, wenn es dir gefällt, dann machst du es weiter. Und wenn du sagst, nee, also, keine Ahnung, check ich nicht. Dann lässt du es wieder. Es muss nicht immer alles Sinn machen. Und es muss auch nicht immer alles vorzeigbar sein. Wir leben auch in so einer Gesellschaft, wo immer alles Sinn haben muss und alles irgendwie so präsentabel sein muss. Also, für jedes Hobby ein eigener Instagram-Account. Und ja, alles muss irgendwie dokumentiert werden, sonst gilt es nicht so ungefähr. Und das ist alles Quatsch. Stell dir mal vor, es gäbe keine digitale Welt, nur offline. Und mach das dann einfach. Es muss auch gar niemand mitbekommen. Du musst es nicht mal irgendwem erzählen. Mach das einfach. Und wenn du weiter daran Spaß hast, dann führst du es weiter, bis du eben mal keinen Spaß mehr hast. Also, wir sind irgendwie die ganze Zeit so drauf gepolt, Leistung zu erbringen und machen uns dann auch abhängig von Leistung. Weil wir denken, wenn wir keine Leistung erbringen, dann sind wir niemand. Aber das ist alles Quatsch. Das sind alles Glaubenssätze, die einfach so nicht stimmen. Und die kann man nur durchbrechen, indem man einfach mal komplett kontraher handelt. Also, einfach mal Dinge tun, um sie zu tun. Selbst wenn du vielleicht am Anfang keinen Bock hast. Du nimmst dir einfach mal irgendwas vor. Sagen wir mal Schach spielen, ja? Dann spielst du einfach mal Schach. Du weißt vielleicht gar nicht, wie das geht. Das interessiert dich vielleicht auch gar nicht. Aber du nimmst dir einfach mal an einem Tag vor, das für eine halbe Stunde zu machen. Online, gegen einen Computer, was auch immer. Einfach nur, um es zu machen. Ohne, dass das jetzt irgendeinen Sinn ergeben muss. Und dann fokussierst du dich die ganze Zeit nur darauf, wie geht es mir dabei? Wie geht es mir vorher? Wie geht es mir danach? Und je mehr Tätigkeiten du machst, einfach nur um sie zu tun, desto mehr findest du raus, wie du dich dabei fühlst und wer du überhaupt bist. Weil im Leben geht es nicht darum, rauszufinden, wer wir sind, sondern mehr zu dem zurückzukehren, wer wir sind. Weil wir sind schon die ganze Zeit wir. Aber es wurde im Laufe der Zeit zugeschüttet, eben durch die Erziehung, durch das Schulsystem, durch das gesellschaftliche System. Wir werden da so in Formen gepresst, in ein Prokrustesbett gesteckt, entweder gekürzt oder gestreckt und nie passt es irgendwie. Und warum? Weil wir schon vorgefertigte Meinungen haben, wie etwas sein soll. Und deswegen haben wir auch keine magischen Momente mehr im Alltag wie Kinder, weil wir die ganze Zeit denken, so und so muss was sein. Und wenn es so nicht ist, dann ist es schlecht, dann ist es falsch. Du singst nicht, weil du denkst, du kannst nicht singen. Oder weil dir irgendwer mal gesagt hat, du kannst nicht singen. Du schreibst nicht, weil du denkst, du kannst nicht schreiben. Oder dir irgendwer mal gesagt hat, du kannst nicht schreiben. Nur weil mal irgendwer was gesagt hat oder du selber das denkst, hältst du das für die Realität. Aber es ist nicht die Realität. Es ist einfach nur ein Gedanke, den du getrost ignorieren kannst. Du kannst dir denken, hallo, Gedanke, schön, dass du da warst. Ciao. Du musst deinen eigenen Gedanken nicht Glauben schenken. Dein Gehirn ist nicht immer dein bester Freund. Dein Gehirn ist auch konditioniert. Dein Gehirn will dein Überleben sichern. Aber wenn du wirklich kreativ und frei sein willst, dann musst du manchmal deine eigenen Gedanken ignorieren. Und das heißt jetzt nicht, oh mein Gott, der größte Feind bin ich selbst und mein Feind steckt im Kopf. Das wäre schon wieder so extrem. Aber es tendiert tatsächlich dazu, dass wir uns manchmal einfach selbst hemmen und blockieren und selber beschränken. Einfach, weil wir immer in den gleichen Linien und Schemata denken, wie wir denken. Aufgrund unserer Vergangenheit. Und wir können nun mal jetzt nicht auf einen Reset-Knopf drücken und alles ist gelöscht. Das wäre auch wiederum fatal, weil alles, was bisher gewesen ist, natürlich unsere Identität ausmacht. Aber um neue Erfahrungen zu machen, müssen wir auch mal alte Gedanken loslassen und sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal etwas, einfach, weil ich das machen möchte. Und wie definiert man machen möchte? Nun, du musst vorher gar nicht mal groß Lust haben oder Motivation, sondern du nimmst dir einfach was aktiv vor, unabhängig davon, ob du jetzt wirklich das willst oder nicht. Du machst es einfach, weil du es dir vornimmst. Und dann merkst du auch so, krass, ich kann ja Dinge tun, nur weil ich sie mir vornehme. Ich muss nicht mal Lust drauf haben. Und was für eine Macht steckt da dahinter? Was ist das für eine Geisteshaltung? Und dann merkst du auch, wow, ich bin ja total energievoll und kraftvoll. Ich habe viel mehr Macht, als mir bewusst war. Das ist total krass. Wenn du merkst, dein Gehirn ist nicht der Chef, dein Körper ist auch nicht der Chef, du bist der Chef. Weil du bist nicht dein Gehirn, du bist auch nicht dein Körper. Und das war für mich eine sehr krasse Erkenntnis. Immer eben in Kombination mit diesem Wissen und mir immer wieder bewusst machen, ich sterbe. Aber nicht eben negativ gemeint. Dieses, wie viele Depressive sagen, ich sterbe, es macht eh alles keinen Sinn. Wozu soll ich etwas anfangen, wenn davon eh keiner was mitbekommt und eines Tages bin ich eh vergessen. Ja, das ist total depressiv. So ein depressives Mindset vertrete ich nicht. Sondern dieser Gedanke mit dem, ich werde sterben, ich bin nur ein Mensch, das gibt dir die größte Freiheit überhaupt. Weil du einfach merkst, krass, meine Lebenszeit ist begrenzt und ich kann einfach machen, was ich will. Du könntest theoretisch morgen nicht mehr zu deinem Job kommen. Und sagen, naja, sorry, ich mache das nicht mehr. Ich mache jetzt was anderes. Du bist komplett frei. Du musst nicht so leben, wie du gerade lebst. Das sind alles Entscheidungen, die du mal getroffen hast. Und wenn es dir nicht mehr gefällt, wie gesagt, geh hinter die Theaterbühne, hinter den Vorhang, nimm eine neue Rolle ein. Das ganze Leben ist ein Spiel und die Erfolge und Siege kann man am besten feiern, wenn man sich bewusst ist, dass es eben nur ein Spiel ist, dass man alles mit Leichtigkeit angeht. Und damit meine ich nicht, dass man nicht fokussiert ist. Ich denke, das sollte spätestens nach all meinen Folgen hier auf YouTube klar sein, dass ich ein großer Fan von Fokus und auch Ehrgeiz und Zielstrebigkeit bin. Aber das darf man eben nicht verwechseln mit Verbissenheit. Man muss immer detached vom Ziel sein. Also nicht dieses, oh nein, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche, dann bin ich nichts wert oder dann habe ich es nicht geschafft, dann bin ich ein Versager. Wer es so denkt, der hat gleich verloren. Du beginnst und bist dir immer bewusst, dass du wertvoll bist, auch wenn du das Ziel nicht erreichst. Und du wirst merken, je losgelöster und leichter du rangehst, desto schneller kommst du auch an die Ziele. Oder merkst vielleicht im Lauf des Prozesses, das war gar nicht mein Ziel, aber mein jetziges Ziel, das war das ursprüngliche Ziel. Cool, das wusste ich vorher gar nicht. Das findest du aber erst raus, wenn du losgehst. Und das hat alles eben mit Mindset, mit Geisteshaltung, mit Gedanken zu tun. Und die findet man, wie gesagt, nur heraus, wenn man aktiv sich ins Leben reinstürzt. Heraus aus diesen festen Schemata und rein in Wunder, rein in Spontanität, rein in Leichtigkeit, rein in Energie, rein in Lebensfreude und das eben mit dieser Stimme im Kopf, die dir sagt, hey, Digga, Memento Mori, du wirst mal sterben. In diesem Sinne, viel Spaß bei allem, was du jetzt dir so vornimmst, hoffentlich. Gib es ne Willa. Ciao.